So, jetzt. Jetzt weiß sie, wo ich bin. Ja. Wo ist sie denn? Ist sie jetzt vorne reingekommen? Ne, hinten? Ich weiß es nicht. Einfach rennen. Einfach rennen. Keine Fragen stellen. Und ich weiß wieder nicht, da muss ich sein. Hier war richtig und dann links. Ich bin mir nicht sicher. Boah, die ist ja in meinem Ohr. Das hat auch Gründe, ja. Geh doch weg. Geht die nicht? Voll die Sackgasse. Gibt's keinen anderen Weg? Nein. Ich muss an ihr vorbei rennen, oder? Kann ich da hinterher... Sie ist rausgegangen. Oh Gott. Danke für den Voller, Homies. Oh Gott. Ich kann nicht hier rüberspringen. Oh, ist das euer Ernst. Wo ist denn bei ihr vorne und wohinten? Nein. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie jetzt hier um die Ecke kommt? Oh, ich kann unters Auto. Ich seh halt absolut gar nichts. Ist sie weg? Wo bist du? Ach, sie patrouilliert da. Soll ich einfach laufen? Nein. Danke für den Follow, Andrew. Ist sie jetzt wieder da, wo sie nicht sein sollte? Hier? Ich geh jetzt einfach. Und jetzt? Ja, und jetzt? Leck mich. Da muss ich dran ziehen. Sie ist hier. Ich hab keinen... Es gibt keinen... Es gibt... Ich... Ja. Schöne Sackgasse, ne? Darf ich hier anfangen? Und so darf ich mich verstecken. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie an mir vorbeigeht? Ziemlich gering, oder? Wo ist sie denn? Hä? Hallo? Ich verstehe nicht, was passiert. Wo ist sie? Totale Verwirrung. Das war jetzt... Seltsam. Okay. Ich will gucken. Ich will filmen. Ich muss doch sonst alles filmen. Das will nicht. Na schön. Liebste Martha, meine meistgeliebte, vertrauteste, meine intime Gefährtin seit deiner Kindheit. Ich weiß, dass dein Glaube unvollkommen ist. Ich weiß, dass Zweifel an deinem Herzen nagt und Tränen deine Wangen waschen. Du glaubst dich des Mordens sündig gemacht zu haben. Doch erhöre mich. Du würdest nur sündigen, würdest du nichts tun. Wenn du einen wilden Hund nicht in Ketten legst, bist nicht du schuld, wenn er ein Kind angreift? Fragezeichen. Das wäre ja eine Frage gewesen. Wenn du die Spinne in der Krippe nicht tötest, bist nicht du schuld an ihrem giftigen Biss? Wenn du ein Feuer nicht hemmst, bist du nicht schuld an jedem Unschuldigen, der brennt? In jedem Fall macht Trägheit dich zum Mörder. Und so gilt, jedes Leben, das du nicht nimmst, das der Feind sein könnte, während du durch Trägheit ermordest, den der Feind ist wild und giftig und ein hungriges Inferno. Halte durch, stoße das Messer. Du brauchst keine Vergebung, denn du hast nicht gesündigt. Wisse, dass Tempel-Gate dich braucht. Wisse, dass ich dich... Wie komme ich auf die nächste Seite? Gar nicht. Weiter. Liebe, dass Gott dich liebt. Das war ja auch sehr wichtig jetzt noch zu erfahren. So. Hier geht's nicht rein. Wo muss ich lang? Hier unten? Da nirgendwo lang. Zu den Minen zurück. Da ging's ja gar nicht lang, oder? Ich glaub schon, dass ich hier richtig war. Hier ist ja alles eingestürzt. Ich will klettern. Ich hab mich schon wieder an einem Kaktus gestochen, oder? Ach, komm. Hoch über der Tür. What? Da kann ich reinklettern? Du hast voll recht. Ach, die Schule. Ich hatte sie schon vermisst. Jessica. Es stört mich, dass ich Batterien in dieser Erinnerungsszene-Zeugs-Sachen verliere. Ich weiß nicht, irgendwas mega gruselig ist. Oder geht's hier jetzt nur um die Musik? Was? Was? So. Oh Mann, wo ist die andere Hälfte? Du Mist, Zack. Schatten. Oh, das ist cool. Ja, ich bin blöd. Dafür, dafür... Okay. Unforgivable. Jetzt wissen wir Bescheid. Das hat sich ja richtig gelohnt. Wenn ich jetzt rausgehe... Das ist wohl nicht. Das ist wohl nicht. Was ist das? Oh. Meine Batterie. Lass mich doch raus. Irgendwo. Am liebsten bei Exit. Also, ich verstehe das nicht. Ich bin zu blöd für die... Oh. Für die kleinsten Rätsel. Jetzt bin ich wieder in der anderen Welt, ja? In der Gegenwart? Nein, doch noch nicht. Hat dieser Albtraum denn nie ein Ende? Ähm, da muss ich rein. Aua. So. Hopp. Hopp. Schön kuschelig. Ich seh nix. Ich seh meinen Arm. Kann ja auch auslassen, wenn ich hier nix seh. So, ich mach noch bis zum nächsten Speicherpunkt. Und dann würde ich... Würde es wieder erstmal reichen mit Outlast. Für heute. So. Hopps. Oh, oh. Ich will nicht wieder blöd sterben an so einer Kante. Hier lang. Habe ich doch gewusst. Na, das sieht aber stabil aus. Da freue ich mich jetzt schon. Ihr auch? So. Hopps. Hopps. Hier wäre jetzt der nächste Spal... Nein, okay, ein bisschen spiel ich noch. Habe ich gut gemacht. Ich bin betrunken im Club. Oh. Ich darf keine Nachrichten lesen, während ich balanciere. Okay. Libellen. Ganz viele Libellen. Oder? Sind das Libellen? Oder... So... Motten? Gott, schleicht doch, Junge. Danke. Oh, oh. Shit! Nein. Nichts Shit. Nein! Nein! Heuschrecken! Das war ein Heuschrecken. Wo bin ich? Und warum kann ich mich nicht... Ach, ich bin auf dem Kopf. Okay. Und ist das Blaue, oder meine Kamera? Ich habe mich schon gewundert. Seit wann hier so fortschrittlich hier? Wer bist du denn? Was hast du dir da auf den Rücken geschnallt? Was hast du von mir? Moment is times, Are upon us. Nutzerrat. Dann nehmen wir unsere Kamera. Die einzige Lichtquelle, die wir haben. So. Ja, hier wäre jetzt der nächste Speicherpunkt. Und ich werde jetzt da auch tatsächlich aufhören, weil ich Angst habe vor diesem blöden neuen Gegner, den ich nicht kenne. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Danke, dass ihr vorbeigeschaut habt. Schlaft schön, startet morgen cool in den Tag. Macht es gut, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.